Willkommen und herzlichen Glückwunsch, André Makoveyev, Russland. 2. Emil Hegler-Svenson, Norwegen. 3. Björn Ferry, Sweden. André, dein erstes WC-Win war eine perfekte Kampagne und du hast die beste Saison deiner Karriere so far. Sie erwartet, dass es so gut geht heute, wenn Sie aufstehen? Es ist so gut, dass der Wind nicht aufstehen, und ich bin sehr froh. In der Morgen, wenn ich aufstehe, ich hoffe, dass ich heute eine gute Reise habe und ein gutes Ergebnis zeigen. Die 20 Kilometer Reise war die wichtigsten für mich, denn ich hatte schon einige gute Reise im Sprint-Reise, aber ich hatte nie gute Reise in individuellen Reise. Ich war die ganze Reise im Sprint-Reise im Sprint-Reise im Sprint-Reise im Sprint-Reise. Und ich habe die Reise im Sprint-Reise im Sprint-Reise. Hast du gearbeitet über deine Reise im Sprint-Reise in den letzten paar Tagen, denn wir haben wirklich eine perfekte Reise im Sprint-Reise von dir? Wir arbeiten jeden Tag, wir arbeiten, wir haben keine Reise im Sprint-Reise im Sprint-Reise im Sprint-Reise. Und wir arbeiten in den Sprint-Reise im Sprint-Reise im Sprint-Reise. Wie bedenken Sie, wie arbeiten Sie? Wie arbeiten Sie? Was das denn? Wir arbeiten in den Sprint-Reise im Sprint-Reise in den Sprint-Reise? Wie fonctionne Sie? Deine Selten ist das drin, dass wir jeden Tag in Hotels mit der Kiste tun haben. In den Sprint, mein Trang werde ich jeden Tag mit der Mannschaft ins Spiel. Und ich habe diese Schuss-Range, so es mir heute familiar ist, und es war gut. Wie magst du die Chorus, die Tracks und die Profile hier? Die Tracks sind sehr schwierig, aber es ist interessant, mit ihnen zu kämpfen. Und ich möchte sagen, dass alles sehr gut vorbereitet ist. Ich meine die Tracks, weil das Wetter nicht so gut ist, aber die Tracks sind perfekt. Die Organisatoren versuchen, den Schnee zu retten, und sie haben mit ihnen geschlossen. Und ich möchte auch die Beathlon-Family-Club, weil die Kettering sehr gut ist. Emil, jetzt die Norwegen-Mann-Team ist wieder komplett. Hat das dir geholfen mit deinem Zustand und deinem Schuss heute geholfen? Ja, es hat geholfen. Es ist immer gut, das ganze Team zurück zu haben. Die letzte Woche haben wir zwei von unseren stärksten Athleten geholfen. Diese Woche sind wir alle zusammen, und es fühlt sich viel besser. Und mein Freund ist hier, und wir haben gute Zeiten in unserem Raum, und alles ist super. So, das hilft, das ist eine gute Atmosphäre, wenn alle zusammen sind. So, das hilft mir, dass ich noch besser performe, glaube ich. Was machen Sie in Ihrer Rune? Was machen wir? Ich will nicht sagen, weil es ein Norwegen secret ist. Aber wir haben Spaß, wir haben eine höhere Musik und eine Party all night long. Wie hart war das Schuss, besonders in der ersten prone Schuss? Für den ersten Schuss-Gruppen haben wir viele Missed-Shots gesehen. Es war eine sehr schwierige Schuss, weil es ist ein bisschen wie Oberhof. Es ist eine schwierige Entrance, wenn man die Schuss-Gruppe mit einem sehr hohen Puls hat. Also, es ist ein bisschen schwierig, und der Wind ist auch sehr verändert. In meinem ersten Schuss-Gruppen war es ziemlich windig, von der links. Und in meinem zweiten Schuss-Gruppen war es fast kein Wind. Also, man muss sich fokussiert und sehr stark auf dem Wind. Also, es ist ein bisschen schwierig. Aber es ist... André schießt heute, und es ist eine starke Leistung, also es ist möglich für alle. Wie waren die Tracks, nach all dem Salting, um die wärmeren Konditionen zu vermeiden? Ja, ich denke, das Salting ist sehr wichtig in diesem Wetter, denn ohne Salte haben wir wahrscheinlich 5 Minuten langer Ski-Time für alle Athlete. Also, es ist viel besser mit diesem Träumen an den Tracks. Also, ich hoffe, für RuPauling, dass sie das gleiche machen werden, denn es ist viel einfacher für uns Athleten. Und es ist ein guter Punkt. Aber vielleicht für die Athleten, von Start Nummer 50 und 200, es ist vielleicht ein bisschen schlimmer. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir so weiter machen wollen. Björn, das erste Podium heute, also in der letzten Jahre, Januar war dein beste Monat. Wie ist das? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Nein, nicht wirklich. Aber ich denke, es ist sehr schmerz in Schweden, in diesem Jahr. Jetzt gehen wir in der blöden Sommer. Und ich fühle mich ein bisschen mehr froh. Dann wird meine Formen stärker. Du motivierst dich ziemlich gut für peak events. Was hast du in der Saison für die Weltchamps? Natürlich, ich denke, für alle Athleten, in Ruhrpaulding ist es ein Hauptevent dieses Jahr. So, alle sind wirklich fokussed auf das. Und das ist mein Hauptziel. Aber mein Plan war, zu sein, in der Weltcup, in Östersund, vor Weihnachten, und jetzt. Das ist mein erstes Podium, aber ich bin noch nicht in super skiing. Ich hoffe, ich kann es besser in Ruhrpaulding machen. Haben wir Fragen? Nein. Danke. Thank you. Press conference is closed. Thanks.